Was zuletzt geschah? Ich produziere jetzt einfach mal ein bisschen vor. Was heute passiert? Ah, übrigens Missgeburt, apropos Missgeburt. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tanki Online. Mein Name ist Michi, schaut Michis Let's Plays und heute machen wir weiter in der Vorproduktion. Denn ich habe letztens, heißt vorgestern, weil quasi gestern dein Leid rauskam und heute und vorgestern die erste vorproduzierte Folge Tanki. Beziehungsweise sie ist ja gar nicht vorproduziert. Leck mich, wieso schießt du mich ab? Die gestern war gar nicht vorproduziert. Weil ich sie halt direkt am selben Tag hochgeladen habe, quasi. So. Stirb! Wunderbar. Wirklich, wirklich bezaubernd. Und da ist ein Freezy. Glaube ich, oder? Nein, das ist, es ist schlimmer. So, ich habe, ich habe keinen Fick gegeben, ich wollte den Freezy töten. Alles klar. Hätte auch eleganter sein können. Ah, den habe ich gesehen. So. Das war ein Fehler. Und jetzt hat er bezahlt. Und wir sind endlich mal in einer Gewinnerschlacht. Also, so krass ist das Spiel jetzt gerade nicht. 3-7. Oh Gott. Einschussen, wir sind tot. Okay. Nein! Oh! Der, der Strahl, den habe ich komplett ignoriert gerade. Verdammt, ich habe mich gerade so gut konzentriert. Okay, ey. 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 Er dreht sich viel zu langsam. Unglaublich. Also, hier sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, seinen Turm drehen zu können. Uh. Missgeburt. Ah. Übrigens, Missgeburt. Apropos Missgeburt. Also, das klingt jetzt etwas komisch, aber ich lese gerade Percy Jackson. Diebe im Olymp, also das erste Buch. Ich habe mir irgendwie die Box gekauft, wo alle drin sind und ich hatte keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Aber ich bin gerade begeistert. Ich bin da gerade beim Casino. Ich werde sterben. So. Äh, ich bin gerade da beim Casino, wo die chillen. Oder wo sie gerade aufgewacht sind wieder. Und, ähm. Ja. Da war auch Gott Aris. Den gab es, glaube ich, nicht im Film. Also, zumindest erinnere ich mich gar nicht an Aris im Film. Und es ist ziemlich nice. Also, Aris hat mich übelst überzeugt. Er hat ständig Missgeburt gesagt. Finde ich witzig. Passt du, also, Aris hat mich da total überzeugt. Ich weiß nicht, habt ihr Percy gelesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Aris ist eine coole Socke. Er ist auch im Ranking jetzt etwas weiter hochgepusht worden. Hm. Ihr solltet lieber ihn hier ausschalten. Fuck. Fuck. Fuck dich. So, das war gut. Das war gut. Fuck. Fuck. so oh Gott was war was war das gerade für ein Multi was war wow also das war ja mal gerade eine Killer Orgie das war ja mal oh nein du hast mein du hast meine Heilung genommen ich hab sie gebraucht ah da geht er raus da hat er mich gesehen und dachte sie so oh shit I'm fucked wow also ich bin gerade echt begeistert so das war knapp der Railgunner trifft uns nicht haha aber ich ihn ich bin zu flach für ihn oh wie geil aber er wird uns treffen er hat zu weit geschossen fuck fuck okay jetzt war es Zeit für den Magnum schade aber wow war das gerade das war gerade heftig ich bin gerade total froh okay wir machen so gut wie kein Schaden wir sollten wieder weg so 10-4 das sieht gut aus das sieht wirklich gut aus that is good und wie der Railgunner einfach mich nicht getroffen hat so ein armer alter so ein armer dude fuck okay da gibt es Heilung die brauchen wir äh schnappt sie sich oder? nein sicher nicht so super komm da ist dieser Dreckskerl oh ich hab so einen Hass gegen Magnum ah danke sehr Magnum Hass stirb verdammt komm schon der muss sterben er muss sterben und der wird auch sterben oh so ein Drecksack das schießt er sogar auch noch auf mich weißt du was getroffen 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 oh das war mein ah der ist immer mit der Mine gefahren ah der hat nicht mal ausgehalten okay all 4 super fuck den hab ich nicht gesehen den hab ich nicht gesehen okay wir haben noch eineinhalb Minuten Zeit dann düsen wir doch mal los und killen die restlichen okay komm go 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 sooo okay fuck zwei mal daneben fuck der hat eine Mine gelegt okay Scheiße. Hätte besser laufen können. Hätte besser laufen können. Aber ist trotzdem gut gelaufen. Ist super gut gelaufen. Nein. Nein. Fuck. Ich habe gedacht, dass er gleich tot ist. Oh, jetzt macht er noch. Verdammte Kacke. So ein Drecksack. So ein verfickter Hurensohn. Unglaublich. So, wir haben aber jetzt auch die Mission erfüllt. Uns müssen wir Tore erzielen. Das machen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Tanki Online mit Michi. Das bin ich. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Das war eine coole Orgie von uns. Also eine Killer Orgie. Eine blutverschmierte Metall Orgie. Ja. Ich hoffe, euch geht es gut. Bis dann und ciao.